Bruno Gröning sprach, sie müssen ein Ziel haben, ihr Ziel ist ihre Gesundheit. Befassen sie sich mit Krankheit und denken sie daran, so haben sie damit ein zweites, anderes Ziel. Diese beiden vertragen sich aber nicht, das Gute und das Böse sind nicht mischbar. Denken sie daher ausschließlich an ihre Gesundheit, ihr Ziel. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020